wir haben sie verloren ja leute wir kennen den ganzen text schon wir wissen auch bestimmt schon etwas plan b ist das management hat die geduld verloren wir gehen über zu plan b wir machen unseren job und lehren später ich habe ein mieses gefühl dabei da raus damit genau so wie wir games von windows live macht den scheiß nochmal weil scheinbar games von windows live uns beide einfach ausgelockt und somit waren wir natürlich nicht mehr verbunden ruhig leute kauft euch niemals die spiele über games von windows live das wäre doch scheißegal ob ich jetzt wirklich zu anderen als würde ich irgendwas schlecht reden aber es ist doch wahr ich habe nichts für dich ich mache erstmal kurz für mich kommen wir dann zu dir die würde ich gerne testen wie die ist ich blute starker bertha wir haben bertha nicht wir haben spektrum das ist super das heißt ich werde sterben wir kämpfen jetzt ohne bertha das ist das ist das ist Los, dir geht's wieder gut. Los, dir geht's wieder gut. Ich gehe rein. Bei uns. Gib mir Decker! Geht weg da! Guck mal, ich seh dich! Irgendwie ein Hubschrauber. Die holen uns ab. Stopp, servus selber nicht! Mich hat erwischt! Spezialeinheiten! Sohn! Warte! Adios, Schles! War das nicht absehbar? Oh, verdammt! Was passiert da? Sie werfen MA-121 ab! Wir ledigen uns alle! Umbrella will uns auch tot sehen. Ja, das war's. Nein! Verdammt! Ich blute! Ben! Was ist hier? Ich bin nicht bei dem Punkt, wo man sein soll. Scheiße, hier kommen immer mehr! Das ist der Punkt. Ich stehe am Punkt. Ah! Oh, oh. Ich bin übrigens tot. Geh mal auf deine Sicht, wenn man das wenigstens sieht. Achtung! Man sieht dich kämpfen. Hilfe! Hilfe! Das ist schon so verregal, wenn wir mal wieder leben wollen. Ja, Fall hin! Achtung hinter dir! Es ist so gut, dass ich dir zuschaue. Vectra ist auch tot. Achtung! Alles wieder gut. Danke dir! Los, dir geht's wieder gut! Alles wieder gut. Los, dir geht's wieder gut! Vorsicht! Hunter! Die nächste! Fuck! Fuck, ne Scheiße! Und hier ist kein Punkt, wo wir irgendwo hinlegen können! Ich bin nämlich fast tot! Bist du? Ich sag doch, ich bin fast tot! Bist du? Ich sag doch, ich bin fast tot! Bist du da bist du? Was schafft man? Ich bin fast tot! Du bist da weg, wo du bist! Merkt du was? Wie sollen wir das denn bitte sch... Du bist verdammt. Ich blute. Verdammt. Sterbe. Genau, du machst den Knoten. Genau. Liebes Auto, du stirbst jetzt. Die gehen nicht Platz. Die gehen nicht Platz. Die sind aber auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, das ist sicher. Das war's. Du siehst übrigens mit der Gesundheit nicht gut aus. Wie hast du denn da? Du bist gleich Platz. Weil sie jetzt alle auf dich sind, weil du bist der Einzige überlebende. Nicht übel. Da ist noch ein grünes Kraut. Da hinten ist noch ein grünes Kraut. Hol dir das erst. Umso mehr Leben du hast, umso ein bisschen sicherer bist du. Alles wieder gut. Pass auf. Alles wieder gut. Pass auf. Ich weiß jetzt nicht, was ich als Waffe habe. Das ist mir sogar sowas von scheißegal. Oh man, 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 man. hier ist noch irgendwo einer wir müssen das nur noch Zombies zu wieder haben alle Fälle das Geräusch da oben gefällt mir gar nicht was ich da höre nein nein nicht nicht Ich bin fast nur still, weil was anderes fällt mir. Scheiße, bin ich infiziert? Was ist das? Ich glaube, ich bin infiziert. Ich bin fast tot. Dann setzt halt das Ding nicht ein. So, wohin? Da. Da war die Fresse, ich bin zwar fast tot, aber whatever. Weißt du mal? Ich wünschte mir übrigens immer noch, dass eigentlich Bertha wieder dabei wäre. Nein, nein, ist aber auch nicht ganz gesund. Los, der geht's wieder gut. Los, der geht's wieder gut. Los, der geht's. Ich muss nachladen. Du Schachschütze, du bist jetzt erstmal weg. Mach die Karte. Achtung, Granate. Ich weiß gerade gar nicht, was für eine Waffe ich habe. Oh. Oh, 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 oh. Ja, hör auf, Rutsche laufen! Ich bin fast tot. Was bringt mir das? Was hat mich da denn... Ja, ich kann's mir denken. Was ist das? Wir sind alle damit erledigt worden. Alles wieder gut. Pass auf. Was ist? Muss ich auch noch zurücklaufen? Ich hab Kraftbomben mit. Alter! Los, der geht's wieder gut. Los, der geht's wieder gut. Ja, genau! Ich war am Bäckern, aber nein! Ich hab ein langer Arm und schmeiß dich einfach um! Ich hab... Ey, ich hasse diese Gegner! Mein Problem ist zwischendurch, dass durch die FPS es richtig schwierig ist, dich zu bewegen. Ja, komm, schmeiß mich zu! Ich traue doch gar nicht viel Schaden weg oder so! Nein! Oh, fuck it! Aber jetzt haben wir schon 31 Minuten! Alles wieder gut. Pass auf! Jetzt bin ich... Natürlich, wird's auch noch infiziert! Würde ich ja, wenn ich nicht gerade am Boden bin? Das war's. Ich bin getroffen! Das ist nicht zufälligerweise auch noch eine Möglichkeit, dass ich da ein bisschen mehr leben hab oder so, ne? Ich verledigt sie. Darum frage ich auch. Granate! Vorsicht! Auf! Vorsicht, Granate! Und ich bin tot! Alles wieder gut. Pass auf! Oh, Alter, das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist so übertrieben, ist das! Du hast ja nicht aufgepasst. Ich bin hier nicht der Hoster... Das war dumm, das war dumm! Das bringt nix zu mir, weil da wo ich liege... Das ist... Das geht doch mal aus dem Feuer! Ich blute! Ich blute! Die FPS... Das ist wahrscheinlich möglich, dass man sich gut bewegen kann, weil dieses Drecksgame kaum Filmsatz... Weil die Scheiße es nicht hinbekommt, mir gut FPS zu geben! Ich hab's ja versucht, aber die VMS meinten dann die Kamera so zu bewegen, dass ich mich nicht verstecken kann! Nein, nein, ich stehe dann immer noch schön im Fels! Leute, das ist ein Drecksgame, das braucht ihr euch nicht anzuschauen! Ende! Das ist mein Ernst, weil das ist... Das bringt nix! Wie kann man ein... Alte... Ich... 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 Ich werde... Nia... Und das ist mein wahres Wort... In diesen Art... In Noten! Wennst du nicht passt, brauchst du noch nicht mit mir zu spielen, wenn du meine Wutausbrüche nicht magst! Trotzdem werde ich dich rausschneiden! Brauche Munition! Die Sache ist nur einfach wirklich! Es geht einfach doch... Wie kann man ein Spiel bringen, obwohl man in der niedrigsten Grafik spielt? Ein Spiel rausbringen, was überhaupt keine Frames besitzt! Du... Es ist doch kein Wunder, dass die... Dass die... Ähm... Dadurch... Da weiß ich viele schlechte Kommentare wegen diesem Spiel bekommen! Ja, bei den Frames würde mich nichts wundern! Ganz ehrlich, ich habe übrigens keine Munition mehr! Ich kann jetzt nur noch mit den ganzen Server halten... Ja! Weil das... Das... Weil das Gro... Ja... Die Revenger ist auch noch schön voll... Ist klar... Und du mal her! So! Na, siehst du, was für eine tolle Waffe ich jetzt nutze! Na... 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 Da darf ich einmal losschießen, dann weißt du's! Ich weiß, deswegen bin ich direkt bei dir, falls du direkt angehütet bist! Huh! Wirst du, deswegen stand ich direkt bei dir! Ja... Okay... Ich gehe rein! Guck mal, mit meiner Waffe kommt nur... Die Waffe, die ich jetzt habe, komme ich natürlich da nicht hin! Wo halten die viel aus, ey! Ich habe ja gerade nur die kleine Waffe erstmal! Gut, gerne mal mit dieser Waffe hier, wenn sie die uns schon anbieten! Lass, sie bieten sie uns an, also! Ich würde gerne mal, wie nur die Waffe da... Wir müssen eine MG! Gib mir Deckung! Verdammt, wie mir eine viel aussehen! Perfekt! Ja... Unser Unterschlupf! Kommt mit! Nein! Nein! Nicht du! Oh Scheiße! Nein! Nein! Konnte nichts machen! Wenn er eingepackt hat, das hat er eingepackt! Alles wieder gut! Er hatte die Leichte! ... ... Wieso wurde er denn auf die anderen Pedpe? ... ... ... ... ... ... ich habe verloren ich kann nichts machen nein ich renne weg aber die haben mich direkt oder was teleportation der tyranten aber sowas von ich bin gerannt alles wieder gut pass auf ja recht ich weiß dann schon mal die hechtstaste ja genau ich versuche gerade anzudrücken aber dann rennen sie mich um ich werde den part splitten ganz ehrlich nein 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 die wirst du es schaffen dann nimm deine finger weg zentrale zentrale hier ist wolfpack bitte melden keine antwort werden sie wir sind doch allein wir sind alleine schätze uns erwartet eine lange nacht sdda ja gut leute ich würde mal sagen dass das war's dann wir sehen uns beim nächsten mal da